Justin, wir haben ein Problem. Im Winter friere ich mir den Allerwertesten ab. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, denn die Erde soll ja im Winter viel näher an der Sonne dran sein. Und die Sonnenstrahlen, die doch angeblich schon Millionen Kilometer zurückgelegt haben, können auf den letzten Metern zu den Regionen außerhalb der Wendekreise nicht einfach so schlapp machen. Auweia! Nehmen wir mal an, die Erde sei eine Kugel und würde sich auf einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegen. Das könnte dann so ähnlich aussehen wie auf diesem Bild, das die Erde im Laufe der vier Jahreszeiten zeigt, wobei ganz links der Sommer ist, wie man an dem hell erleuchteten Nordpol erkennen kann. Natürlich ist das hier alles nicht massstabgerecht, aber es demonstriert sehr schön das Prinzip. Die Bahn aller bekannten Planeten ist eine Ellipse, bei der sich die Sonne in einem der beiden Brennpunkte befindet. Im Wikipedia-Artikel über die Erdbahn liest man Zitat. Im Perihel ist die Erde 147,09 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, während es im Abhehl 152,10 Millionen Kilometer sind. Diese beiden Extremwerte weichen vom Mittelwert nur um 1,67 Prozent ab. Zitat Ende. Übertragen auf eine uns bekannte Analogie bedeutet das, wenn ich einen Meter von einer Kerze entfernt sitze, und mich dann vier Zentimeter vorbeuge, bekomme ich prozentual mehr Wärme von der Kerzenflamme ab, als die Erde im Winter zusätzliches Licht von der Sonne erhält. Durch die insgesamt sehr große Entfernung und die minimalen Unterschiede zwischen dem größten und kleinsten Abstand wirkt sich dieser Effekt so gut wie gar nicht auf unsere Jahreszeiten aus. Aber warum ist es dann im Winter so kalt? Dafür gibt es gleich eine ganze Reihe von Gründen. Der erste Grund ist, dass im Winter oftmals Schnee fällt, dessen weiße, glitzernde Oberfläche reflektiert die meisten Sonnenstrahlen wieder zurück ins Weltteil, wodurch sich die ohnehin schon niedrigen Temperaturen weiter abkühlen. Die weiteren Gründe haben mit der Rotationsachse der Erde zu tun. Wie man auf dem Bild gut sehen kann, ist die Rotationsachse um ungefähr 23,44 Grad gegenüber einer senkrechten Achse geneigt. Diese Neigung führt dazu, dass die Sonne nur zwischen den beiden Wendekreisen manchmal senkrecht am Himmel steht, während jenseits der Polarkreise jeweils abwechselnd ein halbes Jahr lang nur Tag oder nur Nacht herrscht. In unseren gemäßigten Breiten in Mitteleuropa können wir keinen dieser Effekte beobachten, allerdings bewirkt die Neigung der Rotationsachse auch bei uns zwei entscheidende Dinge. Erstens verändert sich die Länge von Tag und Nacht, weil die der Sonne abgewandte Nachtseite im Winter auf der Nordhalbkugel größer wird. Deshalb hat die Sonne an den kürzeren Wintertagen weniger Zeit, die Erde aufzuheizen. Und zweitens steht die Sonne viel flacher über dem Horizont, was gleich zu zwei weiteren Effekten führt. Erstens müssen die Lichtstrahlen bei einem flacheren Einstrahlwinkel eine längere Strecke durch die Atmosphäre zurücklegen. Dadurch prallen viel mehr Lichtteilchen mit Luftteilchen zusammen und kommen deshalb nicht bei uns am Boden an. Der wichtigste Effekt von allen ist aber der Einstrahlwinkel des Lichts selbst. Je flacher das Licht auf eine Oberfläche trifft, desto weniger Licht kommt dort an. Am einfachsten versteht man das Prinzip, wenn man sich eine Solarzelle am Äquator vorstellt, die flach auf dem Boden liegt und senkrecht von oben angestrahlt wird. Wenn man jetzt diese Oberfläche dreht und im Extremfall senkrecht stellt, gelangt immer weniger Licht und am Ende sogar gar kein Licht mehr auf die Oberfläche. Aus diesem Grund sind in unseren Breiten übrigens die Solarzellen alle in einem Winkel von ungefähr 45 Grad aufgehängt, damit sie die maximale Menge an Licht einfangen können. Die Kälte im Winter hat also nichts mit minimal unterschiedlichen Abständen zur Sonne zu tun, und auch nichts mit den minimal längeren Abständen der gemäßigten Breitengrade zur Sonne, sondern fast ausschließlich mit dem veränderten Einstrahlwinkel, der weniger Licht auf die Erdoberfläche auftreffen lässt. Lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.